So liebe Teufel, erstmal Gratulation zu den Playoffs, zweit Jahr in Folge. Ich hatte ja das Vergnügen in Kaufbein letztes Jahr leider in Overtime verloren, das Spiel, das wir gewinnen hätten müssen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr auf alle Fälle eine Runde, vielleicht sogar zwei weiter geht. Wenn ihr irgendwo in Bayern seid, hier bin ich natürlich wieder dabei, habe aber auch vor, vor Ende der Saison nochmal nach Bad Naheim zu kommen. Deswegen, umso weiter ihr kommt, umso mehr Möglichkeiten gibt's. Die Teufel marschieren! Alles Gute Jungs!